Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen zurück zu unserem PVTV. Ich starte gleich los, frisch und fröhlich. Ja, nein, bevor ich los starte, ich hoffe, du bist gut gerutscht ins neue Jahr und bist so freudig wie ich und hast so viel Energie und Elan, um dieses Jahr wirklich zu deinem Jahr zu machen. Ja, wie immer gibt es von Jörg Living auch eine mega tolle Aktion. Ich weiß, ich sage das immer, aber sie sind jeden Monat grandios, die Aktionen. Auch im Jänner starten wir gleich wiederum mit einer ganz, ganz tollen PV-Aktion. Ja, ich starte gleich mal mit deinem ersten Geschenk. Also, wie immer, wenn du um mindestens 120 Punkten im Essential Reward Programm bestellst, dann bekommst du ein 15 Milliliter Limettenöl gratis dazu. Die Limette finde ich wirklich ein wundervolles Öl, weil sie so einen ganz erfrischenden, angenehmen, aber auch weichen Duft hat. Also, die Limette finde ich ist so, mir kommt es manchmal so vor, als würde ich auf Wolken schweben, wenn ich die Limette rieche. Sie wird destilliert aus der unreifen, noch sehr grünen Limettenfrucht. Daraus entsteht das Öl und sie ist total gut anwendbar bei allen Sachen, die mit der Haut zu tun haben. Also, wo du auch so ein bisschen Erfrischung brauchst. Wenn du dein Make-up abreinigst am Abend, kannst du es ein bisschen in deinen Toner hineingeben. Du kannst sie ein bisschen verwenden, auch in deiner täglichen Gesichtsroutine oder ins Duschgel kannst du auch ganz toll das Limettenöl reingeben. Also, es gibt da ganz, ganz, ganz viele großartige Anwendungsmöglichkeiten mit diesem Öl. Ja, wie immer, probiere es einfach aus. Zum Inhalieren angenehm, also wenn du so richtig mal ein bisschen down bist und absolut eine gute Stimmung brauchst und wieder fröhlich sein willst, nimm dir die Limette, nimm sie dir einfach zur Hand, schraub sie auf, riech dran und du bist in der Sekunde wieder, ja, du strahlst wieder vor Lachen, würde ich fast sagen. Also, die Anwendungsmöglichkeiten sind wirklich großartig. Am besten, wie gesagt, schon ist die Limette sehr, sehr gut für die Gesichtspflege auch geeignet. Da wiederum bitte aufpassen, einfach, weil es ein Zitrusöl ist, einfach mit der Sonnensensitivität, sodass ich es rausbringe, mit der Sonnensensitivität aufpassen. Jetzt im Winter natürlich ist es nicht so intensiv, aber auch da gehen wir in die Sonne. Da musst du einfach aufpassen, ein bisschen, weil sie leicht auch fotodoxisch wirkt. Ja, dann kommen wir auch gleich zu den nächsten Geschenken. Ich hoffe, du weißt das noch vom letzten Jahr. Bei einer Bestellung von mindestens 190 Punkten bekommst du zusätzlich zu den 120er Geschenken. Achtung, wenn du um 190 Punkte, mindestens 190 Punkte im Essential Privat bestellst, dann bekommst du das Limettenöl plus diese zwei Produkte. Wenn du nur eine einmalige Bestellung um mindestens 190 PV machst, dann bekommst du nur diese beiden Geschenke. Diese beiden Geschenke finde ich absolut großartig. Das Morningstart Duschgel, also ich bin ja sowieso ein Fan von allen Duschgels von Young Living. Ich kaufe die immer gleich im, glaube ich, Familienpack, weil ich liebe sie alle. Und das Morningstart ganz, ganz besonders, auch aufgrund der Inhaltsstoffe. Das ist nämlich Rosmarin drinnen, Zitronengras ist drinnen, Wacholder ist drinnen und die Pfefferminze ist drinnen. Also allein, wenn ich die Namen höre von diesen großartigen Pflanzen, weiß ich sofort, ich bin erfrischt. Also die Pfefferminze, der Wacholder, das Zitronengras, das Rosmarin, also alle vier auf einmal bringen sofortige Frische in meine Dusche. Ich nehme auch gern diese ganzen Duschgels, verwende ich auch wirklich sehr gern als Badeschaum. Also wenn du es reingibst in die Badewanne, während das Wasser in die Badewanne fließt, dann hast du wirklich ein total schönes Schaumbad. Das kannst du echt mal ausprobieren. Das mache ich wirklich gerne mit dem Duschgel. Das ist jetzt das eine Produkt, das du bekommst bei einer Bestellung von mindestens 190 Punkten. Und das zweite Öl ist das Melrose-Öl. Das gibt es bei Young Living auch schon sehr, sehr lange. Und zwar finde ich es auch ein sehr angenehmes Öl, das du sehr vielfältig verwenden kannst. Auch wiederum für die Badewanne zum Beispiel. Du kannst es wieder in dein Duschgel geben. Du kannst wieder ganz, ganz viel damit machen. Es ist auch ein sehr, es unterstützt auch sehr bei der Reinigung. Es ist ein wärmendes Öl. Daher passt es auch sehr gut in den Winter, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit. Warum passt es so gut in die kalte Jahreszeit? Es ist Teebaum drinnen. Es ist Nauliöl drinnen. Es ist auch, warte mal ganz kurz, Nelke und Rosmarin drinnen. Und gerade die Nelke, die Nelke ist sehr unterstützend, gibt sehr viel Wärme ab. Also ich verwende es auch manchmal ganz gerne einfach auf den Fußsohlen. Ja, also es ist wirklich, es macht ein gutes Raumklima. Und wie gesagt, gerade im Winter ist es ein mega angenehmes Öl. Ist auch ein sehr hautunterstützendes Öl. Also daher auch sehr gut geeignet. Kannst du es ausprobieren, nicht so viel davon. Auch in die Badewanne geben, für ein unterstützendes Bad. In deine Bodylotion hineingeben. Also du wirst merken, es ist ein wirklich sehr angenehmes, wärmendes Aroma. Also das Melroseöl ist so meiner Meinung nach ein Klassiker, der eigentlich nicht wirklich fehlen sollte. Weil da hast du so eine gute Basis abgedeckt und um dich wirklich in der kalten Jahreszeit auch sehr, sehr gut zu unterstützen. Ja, wir kommen zu 250 Punkten. Das heißt, bestellst du mindestens 250 Punkte, bekommst du nicht nur all diese Geschenke, sondern noch zwei weitere sehr wertvolle Geschenke. Einerseits ist es eben das Purification-Öl. Und Achtung, diesmal kriegst du lauter 15 Milliliter Flasche. Also sowohl die Limette ist 15 Milliliter, die Melrose ist 15 Milliliter und auch das Purification-Öl ist 15 Milliliter. Ich habe da jetzt hier nur ein kleines Fläschchen, aber auch das bekommst du in 15 Milliliter. Also wirklich ganz, ganz tolle Geschenke. Purification ist, wie ich gesagt habe, schon ein absoluter Klassiker. Ja, ein Klassiker, der meiner Meinung nach wirklich in keinem Haushalt fehlen darf. Nämlich aufgrund der Eigenschaften, dass, wenn du das Flascherl aufmachst, dir gleich mal so ein mega angenehmer, frischer Geruch entgegenkommt. Und du kannst ihn wirklich verwenden. Also ich nehme ihn einerseits total gern eben zu meinen Haushaltsreinigern dazu, um denen wirklich nochmal so eine frische Note zu geben. Teilweise gebe ich es mir ins Fensterputzmittel, in meine ganzen Erfrischungssprays, im Haushalt. Ach, ich gebe es mir überall dazu. Und wo ich es mir auch dazu gebe, was ganz toll ist, ich gebe es mir beim Staubsauger oben auf den Filter, tropfe ich es drauf. Und wenn ich dann eben Staubsauger, dann riecht es so richtig gut aus dem Filter raus. Also Purification ist so ein Must-Have für den Haushalt und für so viele andere Dinge. Es ist so ein absolut wirklich, wirklich total wertvolles Öl. Und es ist auch so wahnsinnig viel drinnen, deshalb lese ich das jetzt auch vor. Es ist die Zitronella drinnen, die macht auch diesen frischen, angenehmen Geruch. Das riecht man sofort raus, genauso wie das Zitronengras. Das spürst du auch sofort. Dann ist Lavandin drinnen, Rosmarin, Myrte, Teebaumöl. Also das macht wirklich diesen ganz, ganz frischen, angenehmen Duft. Ist meiner Meinung nach auch so ein angenehmes Öl. Weil auch für den Winter da wiederum kannst du es auf den Fußsohlen anwenden. Da auch auf die Pulspunkte geben. Da auch beim Hals leicht, weil durch diesen guten Duft versprühst du wirklich auch eine total angenehme Frische. Und du wirst natürlich durch die Öle, gerade durch das Zitronella und durch das Zitronengras auch nochmal so richtig erfrischt. Also dieses Öl ist so ein Öl, ja ich habe es überall mit, auch wenn ich jetzt unterwegs bin und schnell einen guten Duft in einem Hotel brauche. Oder wenn ich in einem Restaurant bin oder wenn ich wo bin, wo es gerade nicht so gut riecht. Und so nach dem Händewaschen einen Tropfen Purification auf die Hände geben, gut verreiben. Und ja jeder sagt dann, wow, da riecht es so toll. Ja und du hast vielleicht schon wieder ein paar Menschen gewonnen, die sich für deine großartigen Öle interessieren. Ja, aber das war es noch nicht. Gibt es noch ein zweites Geschenk bei 250 Punkten. Und zwar ist es diesmal eine Nahrungsergänzung. Und zwar Superkall. Und genau das ist jetzt in der kalten Jahreszeit auch wichtig. Unser Körper braucht Magnesium, Kalzium, aber nicht nur das. Hier sind auch ganz, ganz wertvolle ätherische Öle drinnen, wie zum Beispiel Myrte, Zitronengras und Majoran. Also diese drei Öle sind auch noch in dieser Nahrungsergänzung drinnen. Also ich kann nur sagen, verwende sie, nimm sie, weil sie definitiv dich unterstützen, jetzt im Winter. Und weil sie dir definitiv die Zufuhr an Magnesium und Kalzium geben, die der Körper auch definitiv jetzt braucht. Nicht nur jetzt, eigentlich das ganze Jahr über. Aber ich persönlich liebe Superkall sehr. Ich nehme es nicht regelmäßig, aber ich nehme es immer wieder in gewissen Abständen. Und ich merke einfach, wie mein Körper dadurch sehr, sehr gut unterstützt ist. Und ja, es ist nichts wichtiger als gesunde, einen gesunden Körper zu haben. Und gesunde, ja auch Knochen zu haben. Die brauchen wir natürlich. Dann sind wir beim nächsten Geschenk oder bei den nächsten Geschenken. Wie immer, ab einer Bestellung von 350 Punkten bekommst du nicht nur das alles, sondern bekommst noch zwei wertvolle Produkte dazu. Einerseits ist es unsere Make-up-Palette, unsere Lidschatten-Palette. Und zwar nennt sich die Golden Hour, gerade jetzt im Januar, wo viele Bälle sind, viele Veranstaltungen sind. Finde ich die wirklich total großartig. Ich habe es auch heute drauf. Diese eher dünklere, aber sehr strahlende, total schöne Lidschatten-Palette. Wie gesagt, die bekommst du ab einer Bestellung von 350 Punkten gratis dazu von unserer Sevy Minerals-Serie. Ja, ich mag die sehr, weil sie so gut handlich ist, gut in die Handtasche passt, gut zum Mitnehmen ist. Und ich wirklich, ja, definitiv alles dabei habe. Das ist das eine. Und das zweite ist, auch ein sehr bekanntes und sehr beliebtes Öl. Und zwar das Aroma-Ease-Öl. Diesmal in einer 5ml Flasche, weil das gibt es nur als 5ml Öl. Und Aroma-Ease ist wirklich dein Begleiter, kann ich fast sagen, auf allen Wegen. Warum? Aufgrund dieser sehr, sehr feinen, angenehmen Inhaltsstoffe. Was hast du drinnen? Du hast die Pfefferminze drinnen, du hast die grüne Minze drinnen, du hast Ingwer drinnen, du hast den Kardamon drinnen und du hast Fenchel drinnen. Also ich glaube, diese Zusammensetzung sagt schon fast alles. Auch der Duft. Also wenn du unterwegs bist, du hast vielleicht, jetzt ist zwar die Kekszeit vorbei, aber jetzt kommen eben die Bälle, jetzt kommen die anderen Veranstaltungen und du hast mal so ein, wieder mal so ein richtiges Völlegefühl, du hast zu viel gegessen, dann nimm mal die Flasche und riech mal so richtig gut dran. Auch wenn du so einen richtigen frischen Kick brauchst beim Autofahren, gerade aufgrund der grünen Minze, wenn du so leicht müde wirst beim Autofahren, die grüne Minze, die Pfefferminze, die bringen dich wieder so richtig in Schuss. Und eben der Ingwer sowieso, der dich nochmal so richtig hell wach machen lässt. Also dieses Aroma-Ease-Öl ist schon ein sehr, sehr wertvolles Öl. Für mich fast auch ein täglicher Begleiter, weil ja, auch wenn ich jetzt bei der Arbeit mal so ein bisschen müde wäre, einfach mal dran riechen und du bist gleich wieder komplett zurück, bist wach und bist gleich wieder frisch. Also das Öl kann ich dir nur empfehlen. Wie gesagt, bei einer Bestellung von mindestens 350 Punkten ist auch das Aroma-Ease-Öl dabei. Ja, dann sind wir auch schon wieder bei 400 Punkten. Wie immer, bei 400 Punkten, also bei einer Bestellung ab 400 PV, hast du eine komplett gratis Lieferung. Zahlst du keine Liefergebühren. So, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Geschenk. Finde ich wieder ein sehr, sehr spezielles Geschenk. Gibt es eigentlich so gar nicht zu kaufen. Und zwar, ab einer Bestellung von mindestens 450 Punkten kommt noch das Roots-Öl dazu. Ja, dieses Öl kannst du nicht bestellen. Dieses Öl gibt es nicht zu kaufen. Das gab es nur eben letztes Jahr anlässlich der Convention. Und Roots sagt eigentlich schon alles. Ja, so zurück zu den Wurzeln. Es erinnert uns an 25 Jahre Young Living. Ja, was hat Gary Young vor 25 Jahren begonnen? Ja, auf welchem Weg hat er sich gemacht? Und diese Öle vereinen so wirklich seinen gesamten Werdegang, seinen gesamten Weg mit genau diesen Ölen, die auch Gary als so einzigartig empfand. Und in dieser Mischung, da muss ich jetzt selber nochmal ganz genau nachlesen, sind wirklich wundervolle Öle drinnen. Und zwar einerseits natürlich der heilige Weihrauch. Heilige Weihrauch, das ist natürlich das Öl, das sich auf so vielen Ebenen unterstützt. Natürlich auch bei der Meditation, beim Manifestieren wiederum und auch dabei Visionen zu erreichen. Das ist das eine Öl. Das zweite ist dann die Idaho-Riesentanne. Auch das ist wiederum ein Öl, das so wichtig ist für deine Spiritualität, auch wiederum für die Meditation, zu dir selbst zu finden. Und gerade jetzt, wir starten in ein neues Jahr rein, wir starten in unsere neuen, wir haben neue Ziele. Es geht jetzt wieder los, wir sind wieder auf einem neuen Weg. Also da hilft dieses Öl mit all diesen Inhaltsstoffen so unglaublich. Die Zistrose, um Gottes Willen, auch so ein wirklich sehr starkes, intensives Öl. Aber die Zistrose ist ein wundervolles Öl, kann ich nur sagen. Und auch der Geruch ist, ich persönlich liebe ihn ja. Dann haben wir die Myrrhe, die natürlich wiederum ein sehr spirituelles Öl ist. Und dann ist ein sehr spezielles Öl dabei, und zwar der Balsam von Gilet, sagt man. Und das ist ein sehr seltenes, antikes Öl. Und das wurde traditionell für seine antioxidativen Eigenschaften genutzt. Und das ist einfach auch die Haut beruhigt. Also auch ein wirklich sehr, sehr spezielles Öl. Und da wirst du dann auch merken, wenn du Ruts riechst, dass es wirklich auch sehr einen harmonischen, vielleicht ein bisschen einen sehr anderen Duft hat als sonst. Aber wirklich ein Duft, der dich in deiner Persönlichkeit auch sehr stärkt. Und der wirklich dich wieder auf deinem Weg sehr, sehr gut voranbringen kann. Und dann als letztes Öl ist da die Engelwurz drinnen. Das Öl wird als das Öl der Engel genannt. Und das hat auch ein sehr, ja, ein eher sehr verführerisches, subtiles Aroma. Also alles in allem ist es so ein Bouquet aus vielen verschiedenen, wirklich ganz wundervollen ätherischen Ölen. Und so wie es auf der Flasche draufsteht, Wurzeln, geht es auch glaube ich wirklich darum, gehen wir zurück zu unseren Wurzeln, beginnen wir wieder dort, ja, beginnen wir genau jetzt und steigen wir in ein tolles Jahr 2023 ein. Und ich wünsche dir hiermit wirklich Erfolg auf allen Ebenen, Gesundheit auf allen Ebenen, Freude und Spaß auf allen Ebenen. Genau darum geht es. Und es geht um Leichtigkeit, es geht um Begeisterung. Und wenn du das in die Welt hinaustragst, dann kommt auch definitiv alles zu dir zurück. Ja, das war es auch schon wieder. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir bitte ein Like, abonniere unseren Kanal und kommentiere auch mein Video. Ja, bis zum nächsten Mal. Prostit 2023! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.